Ha! Schamhaare! Ja! Heute machen wir mal wieder eine Challenge. Wir dürfen nicht wegschauen. Das ist richtig geil. Ihr dürft nicht wegschauen, sonst gibt es Ärger. Weil ich sehe, dass ihr wegschaut. Komme ich zu euch nach Hause. Gibt es richtig Ärger. Oh! Dieser Klein! Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Aber ja Leute, das ist heute kein normales Video. Und zwar... Ja, weil das Mikrofon... Das ist glaube ich nur eine Dose. Versuche nicht wegzuschauen. Halt so eine Challenge. Und ja, das ist halt schon eine Aufgabe für dich. Du sollst halt versuchen nicht wegzuschauen. Ah! Danke, dass du mir das erklärt hast. Auf jeden Fall, ich höre gar nichts. Das ist auch ein Video von so einem anderen YouTuber. Auch geil, ne? Einfach das Video von den anderen YouTuber einfach nochmal... Abgefilmt. Ich dachte, ich gucke mir gerade das Original an. Auf jeden Fall, ich habe das mir noch nicht reingezogen. Und Leute, wer weggeschauen hat, wer weggeschauen hat, äh... Schreibt Hashtag Fail im Video. Dann unten. Oh, voll süß. Ist das nicht so eine Springspinne? Hallo Günther! Ja, ich bin der Günther. Ich laufe gerne auf dem Arme rum. Ja, die ist süß. Mit der würd ich... Weiß ich nicht. Spielen. Mit dem Ball oder so. Ach, sieh die... Die sieht süß aus. Das ist eine süße Kleine. Ich finde immer die Augen von denen... Echt, guckt euch mal die Augen von denen an, ne? Von den Spinnen, ne? Das ist so eklig. Da würd ich mal am liebsten so reinpacken. Einfach nur... Oh mein Gott! Ha! Alter! Schau am Haar. Du willst da um gerade Spinnen? Ne. Ich bin keine Spinnen. Alter! Ich hab nur meine Haare nicht wegräumt. Das sind doch ganz normal... Ne, sind das Weberknechte? Oh! Genau so. Der sollte mal hier seine ganzen Haare entfernen. Einmal mit dem Rasier. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Die sehen... Klar sieht ein bisschen eklig aus, aber die kann man sich auch noch angucken. Hallo! Jemand zu Hause? Wie geht's? Wie geht's? Wie schlägt denn das? Alter, stellt euch vor, ihr schlägt... Äh... Ihr schläft gerade und die sind einfach neben euch beim Bett, alter. Halt ich kein Problem mit. Wo dabei war ja weg, alter. Also ich hab... Wir haben letztes Mal bei uns, ähm... Mal hinterm Sofa mal wieder sauber gemacht, ne. Da hab ich bestimmt 50.000, ähm... Spinnenweben weggemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spinnen unter mein Bett sind. Deshalb... Ne, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Und außerdem, das sind gute Haushaltstiere, ne. Die halten Mücken ab, die halten Fliegen ab. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich so viele haben will, ne. Leute, schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr denkt, wie viele da sind. Boah, würden die knacken, wenn man... Feuer legen würde? Nein, Popcorn ist fertig! Das kann ich mir mal angucken, das ist gar nicht so schlimm. Die hat einfach aus wie Schamhaare, ne. Auf einen Haufen. Sind bestimmt auch keine Spinnen. Das sind seine Schamhaare, die sich bewegen. Das ist... Das Video, ne, ist die Spin-Edition. Stande sogar da. In englischen nochmal da, ne. Ich glaube hier irgendwo stande doch sogar, dass es äh... Spider-Edition ist und da sagt er schon wieder eine Spinne. Ach so, wirklich! Dass da Spinnen kommt, du. Oh mein Gott! Ja gut, von der will man auch nicht angesprungen werden, ne. Das ist äh... Boah, stellt euch mal vor, ihr kennt das ja, wenn ihr mal unterwegs seid und sagt, sagt jemand zu euch, du hast einen Käfer auf dir sitzen, ne. Kennt man ja, ne. Wenn man mal irgendwo im Wald ist, ne. Wildschweine jagen geht, ne. Oder Menschen jagen geht, ne. Und da fliegt man einen Käfer vom Baum runter und dann, äh, kennt ihr ja, ne. Sagt dann ein Kollege hier, du hast einen Käfer, ne. So kleine Käfer. Und... Ja, einfach mal vorher sagt zu euch jemand so, ey, du hast eine Spinne auf deinem Rücken. Denkst dir so, ja, bestimmt so eine Kleinsinn, guckst hier drauf. Puh. Da, 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 da würde ich ganz ehrlich, da muss ich ehrlich so als sein, da würde ich den Wald abfacken und sagen, alles klar, hier komme ich nicht wieder hin. Das würde ich dann sogar noch vor der Feuerwehr zugeben, würde ich sagen. Hier, passen Sie auf. Haben Sie mal die Spinne gesehen? Sorry, aber bevor ich hier die Spinne mit nach Hause nehme, brenne ich lieber den ganzen Wald ab, daß die Spinne tot ist. Tschüssi, wo ist die? Kleine Tarantel. Oh, aber oh. So ein Vieh. So ein Monster, bei sich in der Wohnung einfach mal so zu haben, ey. Er wird ja anders! Wie geht, Alter? Wieso? Ich würde ihn nicht anfassen. Ich verstehe ihn halt im Hintergrund fast gar nicht. Er ist wohl leise. Er wird wahrscheinlich gleich in seinem Gesicht springen, Alter. Hm, glaube ich nicht. Oh mein Gott. Gott, die skippt dich. Nennt man das nicht über die Trapez- Dreieckgriff irgendwie. Dass man bei Spinnen, die soll man dann so schieben. Aber ich denke, ich denke mal sogar, dass es vielleicht sogar seine eigene. Oh mein Gott. Als ob. Der schlimmste ist ja bei solchen Spinnen. Ich glaube, der Gift an sich ist wie von einer Biene. Aber die scheiß... Ich wollte gerade sagen, die Schamhaare. Die scheiß Brennhaare. Wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn sie die Brennhaare überall hinschießen. Das ist unangenehm. Das ist... Das will man nie. Dieser... Uh, Alter. Ach so. Das ist seine. Ich dachte, das wäre einfach irgend so eine Disserte. Oh mein Gott. Was ist das? Ach, die Augen. Voll die Dämon-Spinne. What the fuck? Was ist das für eine Spinne? Also Leute. Ich habe noch nie so welche großen Spinnen gesehen. Hey, hört euch mal die Musik an. Schöne Horrormusik anmachen. Boah, stellt euch mal ohne Scheiß vor. Ihr wacht so abends auf. Wollt so ans Fenster. Tauben füttern. Und sitzt dann oben dann so... Siehst du nur die Augen, wie die leuchten. Und nebenbei geht eure Spieleuhr an. Ey. Sofort. Scheißegal. Haus neu gekauft. Wer ist eine Million reingesteckt. Sofort abfackeln und sagen. Hier, passen sie auf. Mein Haus brennt nicht wegen Versicherungsbetrug. Sondern weil da eine Spinne war. Ich zieh lieber irgendwo anders hin. Tut mir leid. Das Haus bitte abfackeln lassen. Feuerwehr machen sie bitte nix. Das muss jetzt brennen. Die wird auch springen. ky-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Batman! D-d-d-d. Die wird wahrscheinlich wieder springen. Sorry. Oh mein Gott. Da oben ist ja auch noch eine, da hinten ist auch noch eine, oben links, stellt euch mal vor ihr setzt euch hin, wollt gerade so ne, kommt der Kaffee wieder raus und ihr werdet von unten so, ihr krabbelt euch so die ganze Zeit und denkt so was ist denn das ne, steht so auf und auf einmal seht ihr denn so eine Spinne, die hat Spinnen zu fressen gern, die hat irgendwas Süßes schon wieder, geht doch nicht, hat sich erledigt, hat sich erledigt, ich hoffe das Video hat euch gefallen und lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt Hashtag Fail, wenn ihr weggeschaut habt Leute und Ciao, also ne, ich will mich ja nicht über meine Qualität beschweren, aber kann man auch Hashtag Fehler hinschreiben, wenn man seine Qualität ein bisschen, naja findet, ne, ich finde es auch geil, dass er einfach mal ein Originalvideo aufgenommen hat, ne, also ich, ich hab da, ich hätte damit kein Problem, wenn das jemand mit meinen Videos macht, ne, könnt ihr gerne verwenden, aber, ja, man sollte dann schon wenigstens selber seine Challenges irgendwie erstellen und es gibt's genug Memes, es gibt wirklich mehr als genug Memes, die kann man zum Video zusammenfassen, ne, ähm, ja, nächstes Mal gucke ich mir das Originalvideo an, nächstes Mal gucke ich auch, ähm, wenn ihr mir einen Link schickt oder so, ob das jetzt das Original ist oder nicht, ähm, vielleicht hast du mir das Video auch gerade selber geschickt, das kann ich ja nicht nachvollziehen, aber bitte beim nächsten Mal versuch dann, also wenn du das jetzt warst, äh, bitte beim nächsten Mal versuch irgendwie selber die Videos so zusammenzuschneiden und, dass du dein eigenes Video hast und nie unbedingt von jemand anders, ähm, den Content klauen, ne, ja, war interessant, also ich musste nicht einmal wegschauen, ne, wie schon gesagt, also, beste Möglichkeit war immer das Haus anzufackeln, hier hätte man ja zum Beispiel noch hier Popcorn, ne, nebenbei, und, ja, schreibt ihr mir mal in die Kommentare, ob ihr weggeschaut habt oder ob ihr extra hingeschaut habt und es geil fandet, ja, ich hoffe, wir sind zum nächsten Video, guckt das Original an, ähm, bitte diesmal, das sag ich zum ersten Mal, das Original-Original an, ne, ich werde das suchen und werde gucken, dass ich das auch dann unten direkt verlinke, ich hoffe, wir sehen uns, haut rein und tschüss!